Matthias! 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 So, was, krats, bevor wir anfangen, wollte ich noch erwähnen, dass wir beide jetzt 88 Kisten öffnen und da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon eher, dass vielleicht einer von uns zwei einen Nive ziehen wird. Weil ich hab schon mal von 100 Kisten 2 Knife gezogen. So. So, oder was? So, bist du ready for the next? So, und jetzt machen wir die Augen zu. Und Klicken dann Schlüssel benutzen. Hab ich schon 2 mal ein Knife gezogen. Während ich jetzt nicht die Augen zu hab. Gut. 3, 2, 1, 4 dann. Und die dann. Ja, und wann machen wir es denn aus? Nein, du hörst du so das Geräusch, was kommt? Alex, ich bin wegen was gutes, ich hab's gehört. Ich schau eben hoch die Augen, okay? Oh ja! Glock 18? Wirklich? Ich hab gesagt, das Augen zu machen, das hilft. Welche Condition? Wieso? Eins ist erbaut. Geht schon. Ich denk mir so, das Geräusch hab ich noch nicht aufgeregt in meinem Leben. Okay. Gehst du fertig? Ja, Mann. 3, 2, 1, los. Ich muss das mit mir Motivation machen. Oh, da, da ging die DTM 4, 1. Die Red. Das ist so die Route in Static vorbei. Schon wieder raus. Ja. Ja, wieder ein Blue. Ja, ich jedenfalls. Ich bin da oben. So, ne Auslockerungsrunde. Und in 3, 2, 1, los. Ich hab grad wieder die Augen zu. Nicht. Es wird jetzt nicht blauen. Und es ist... ...ne Bison Harvester. Na, vielleicht die Augen zu machen. Lass sie nicht. Ich hab einfach nur mal geschaut reiben. Was bloß, eh lass es die Augen zu. Reib am Messer und schau, dass ich irgendwie auf den Knopf komm. Okay. So. Jetzt einfach mal irgendwo. Ich reib nach. Ich reib nach. Ich reib nach. Ich hab grad keine Ahnung, wo mein Auszeiger ist. Und ich versuch jetzt zu klicken, okay? Ich versuch's auch. Ich versuch's auch. Wut. Ich gehst die Komodität. Wut. Wir finden ihn auch nicht. Wut. Wut, da war's. Wut. Wut, da war's um... Das macht der Geräusch. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Ich hab's, 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 hab's gefunden. Da klickt irgendwas aber.. Ah, ich geh da. Uiuiuiuiui. Okay, das geht's nicht mehr da. Blue again Aha Hat gebuckt Ohne Ohr Ja man Läuft bei dir Nö, bis jetzt nur blau Läuft bei dir, Arm bist du geworfen Ist nicht Passt 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 Okay, und jetzt gleich ein Kissen drauf, ganz schnell so Ganz schnell, okay Auf Speed Wir verdruckten, wir verdruckten Und 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 gold schon bei mir Oder was, ich finde das jetzt nicht Ja, nein, so wie der Snife war denn das auch Nee, ABP-Pobos, okay Jetzt muss ich auch noch Ansatz machen Wir haben jetzt ein Spektrum Äh, in diesem Messerflug Oh, ich bin Ich schau da wie etwas Aria Abgesägte Slowflinter Wacht auf mich, das bleibt nicht zu laut Das ist minimal Nächster gleich Nächster gleich Warte noch, warte noch, warte noch, warte noch Warte noch, warte noch Ja, jetzt habe ich noch genau Seit der Kiste und auch seit der Schlüssel Ich steppe auf 2,30, da habe ich sogar mit der 1 Wir sind bereit, irgendwie Du wärst bereit, irgendwie Jupp Okay Ich hebe Wieso 3, 2, 1 Und geben Warum schon Ich war pink Matthias 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 Schau mal, schau unter links, okay, schau unter links Schau einfach unter links Bär nicht, Freehand! Jupp, ein Knife! Fn! Oh ja! So! Kannst mal sagen, hallo Youtube! Das kommt voll safe auf Youtube! Hallo Youtube, ich bin Matthias! 180 Ich hab keinen, hab ich gezogen! Ich sag mal, keine Ahnung, 180, 60 Mit der Vorwein Hey Matthias, was ist das Nächste? Heizt! Komm in den Sortierten! Nein, nein, das geht nicht los So, ich klopf dreimal auf den Tisch Ja, voll Und das Ah, der BN4 ging vorbei Nöp Nöp Oida! Was alter Schau mal unten, links Naja Oh, Matthias, was ist die für einen Tisch? Die ist Geld wert Die ist Geld wert Nein, so zerbobt Schau nach, was sie wert ist 40€ Ich lass es nicht Ich sag mir grad mein eigenes Profil auch Warte kurz Es ist Wert Hallo, Communitymarkt und Matthias Communitymarkt und Matthias Was ist denn da? Ja, wenn wir das jetzt bitte ausschauen Brrrrrr War doch 40€ wird Ja, wie gesagt 40€ Das geht Dann muss ich erst noch für ein Case Opening Ideen Ähm Ich hab noch ne Idee, dass ich mit meinen Karren bedürfte Aber da kannst du schlecht mitmachen Ich hatte ja auch schon mal die Idee So ähnlich wie mit der Nase Nur halt mit dem unteren Manchmal Ich mein, der wird's zu hart oder nicht So, mir kann man nicht wurschen, dass jetzt irgendwas steht Aber Mach mal ein Lübel-Opening 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 Ich hoffe, dass es gar nicht rein kommt Lübel-Opening in 3 Warte, 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 warte Aber 3 2 1 Lübel-Opening Ey, glaub ich bist du behindert, oder? Ah, ne war nichts Ja, Blue Skin Tag 9 Tag 9 Ah, ich hab 9 Und zwar minimal gebraucht, spulen Du kannst sogar bissl was im Herzen 1 2 1 Go Oh, die erste Ding war gleich für das letzte Spiels Oh, Matthias Spielen Guck mal untenlängs Low So, oder was? Ja, Mann Ich hab noch nicht nachgeschaut Ich hab noch nicht nachgeschaut Ich hab viel testet Okay Die ist wert 18 Euro oder sowas So mit deine? Ja Also, eigentlich ist das Case Hopping nicht so schlecht Ich hätte schon... Schlechtere Na gut, aber das ist dann läuft so Ab dem Moment ist das Case Hopping einfach gut Und was du machst jetzt mit 1000 Kisten oder so Ja, gut Aber, so wie ich uns kennt, sieht einer von uns 2 Noch was Gutes in den letzten 4 Kisten Weil wir halt eine Gamma 1 machen Eine Gamma 2 Was hat das mit 4 zum Problem? Weil wir da durch die Gamma 1 4 Kisten mehr öffnen Ja Das wäre natürlich Lound Gut, dann Next one, oder? Ja Also So Wo machen wir das jetzt? Also, ich hab einfach jetzt random was rausgelegt Einfach auf der Kiste drückt, oder was? Ja Okay Ich mach nochmal Blind Edition In 3 2 Ich bin dabei 1 1 Los! So ist... Im Blind Edition noch ein Liveware von Musik Vorher schon Oh je, das hat sich nach Dim 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 angehört Welche Sachen machen Dim 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 Ich weiß nicht, ich hab Blut Das ist doch Das ist doch Ich will nicht nachschauen Matthias Ja noch, also warte mal Okay, ich hör nach Matthias Matthias? Hm? Matthias? Was? Findest du die Blind Edition schon? Na Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich bin... hier... Junge Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Blaine Edition live die dritte Ich bin raus, Mann Vielen Dank.